Seht ihr mal, was ich euch alles hier ausgeben würde für meine andere? Matthias hat sich den Steak bestellt, 1020 Gramm. Also für mich alleine hätte ich das ja nicht bestätigt, aber ihr dürft euch nicht mehr. Ihr habt euch ja alle geschickt. Jetzt kriegen wir auch noch den Block. Den kannst du abheben dann. Jetzt auch noch das Telefon nebenbei. Mit Feuerstein. Hier die ganzen Fans hier ringsrum. Matthias. Matthias, bist du zufrieden? Meinst du, du schaffst das, Schatzi? Das ist ja nur die Vorspeise. 1020 Gramm Steak.